so willkommen zu einer zweiten folge von warhammer 2 wieder mit skulder helllöchern und hoffentlich diesmal nicht mit überlänge ja gut letztes mal hattest du ja tutorial und so noch dabei und dann diese ewig lange ladesequenz habe ich auch noch drin gehabt jeder ausgemacht hat weil jeder aufgelacht hat sich aufgehangen spiel wo gehen wir denn hier in usingen oder eilhard ich kann mich nicht entscheiden alles gleich nach links ich gehe mal kurz dahinter vielleicht ist das versteckt das so was leider nicht wie gesagt es gibt es so richtig coole belohnungen wenn man da so bücher findet man kann auch mal kugeln wo die sind ja das sind hier ein paar leichen ich habe gleich ganz cool wogen da macht irgendwas oder war das schon ich habe auch einen neuen hammer im tollen haben wir schon oder ist Oh! Oh! Oh, Alter! Hätte ich nicht so richtig! Eeeh! Hinter uns! Oh ja! Und schnapp! Oh, geil! Ah! Oh je! Das will ich mal in echt auch machen mit dem Hammer immer rumschlagen in der Arme der Westen Das musst du auf das Kanal-Kollege deine Let's Place anschauen Alle, ich sehe hier gerade nur noch schwarzes Blut vorne So So Was, wieso habe ich irgendwas gesagt, was nicht korrekt ist? Na, vielleicht nicht politisch korrekt ausgedruckt, aber ne, ja, sonst wegen Ich weiß nicht Was ist das? Wie ist die nur weggesetzt? Wenn du die Beine weghaußt Das ist cool, wie es dann in der Luft geht Oh, daneben gehauen Oh, ich dachte, der Zweck gehört zum Verlösen So Weil er klein ist Immer auf die kleine Okay, irgendwo Verpüßt Oh, was ist das denn? Loin Das ist ein Halt drin Oh nein Ach komm Das ist schön, du kannst den ganzen Tag hier oben stehen bleiben einfach die ganze Zeit drauf landen bisschen hoch Kraxeln Ja, das ist überlebt Sack Auf in die Kaserne Oh 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 Ah, da wäre es sogar Ähm Uua, ich hätte vielleicht nicht drauf geschlagen sollen Au 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 Oh Oh fuck, was ist da denn? Oh shit Ich brauch Hilfe Äh, wir kommen grad nicht weg hier Ooooo Moly Er kommt zu euch, glaube ich Oder auch nicht Hä Kommt zurück Ich bin bei dir Ich bin bei dir Ja, irgendwie Macht er jetzt da hinten aus Macht er da hinten aus Macht er da hinten aus Ah, da ist er wieder Oh loi Häftiger Scheiß, Alter Also wenn du jetzt ne Bombe hast, dann Auf geht's Ich hab keine Bombe mehr Uua Uua Ich hau auf den Kausfliegen, Alter Oh nein 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 Auaow! Ii, das hat ein Baby hinten drauf! Hehehe, Alter! Oh! Holy Moly... Den hält ja aus, ey! Ja, das Kleinviech, das nervt! Nur ich sehe ihn nicht mehr, wo ist drin? Ja, der ist hinter der Mauer gerade bis er rüchten will. Was ist das denn? Geh mal nach oben Ah da ist er Toiligen kann ich grad nicht Ah jetzt kommt er, jetzt ist er wieder da Ah du hast die gleiche, die wir jetzt da oben hinstellen So jetzt habe ich keine Muni mehr Jawoll! Wohohohohoho Alter was hat er denn gemacht? Hast du gesehen wie weit ich weggeflogen bin? Nee Ich war ganz da hinten Ich war da hinten bei der Treppe Holy moly Ist mit euch zwei, ihr steht enteinander Alles Roger bei euch Das ist euer Ding Ich verlass euch mal kurz alleine Ja und wohin? Ich bin grad ein bisschen Du gehst nach oben, hier runter Was ist das? Ich geh jetzt mal mein Spezial an, was ist das? Das verbündet irgendwie mehr Schaden machen Für quasi Kunden Vorsicht da ist so ein Nein! Er hat mich KI, hilf mir! Ich bin da, ich bin da Ich bin da Tja Tja, ich glaub da runter, oder? Ja Komm her Ich bin da Mit Ruhe Hä, heute würfeln jetzt, ja schön Eine Bombe Nämlich Nämlich Lalalalalalalala Oh, der Frosch abgewogen Begon, fuck Ich So Triebe, mein Hammer, der ist geil Der ist voll cool Und das auch nichts Also per Zufall findet man irgendwie, äh Memoran nicht Roter Käse Oh, der lebt ja noch Oh, ich glaub da kommen jetzt ganz viele runter Bleiben wir einfach mal hier unten, glaub ich Ja, ja, hinter uns, hinter uns, hinter uns Oh Ja, vielleicht ist es doch nicht so gut hier unten zusammen, naja gut Okay, jetzt kommen wir nicht mehr raus Ja, ich wollte kurz sagen, du kalt Oh Oh, hinter uns ist alles clean Da ist noch einer, da ist noch einer Hallo, wo kommt die denn alle her? Oh Ich wollte doch nur diese Tür öffnen Ah, Stärke brennt, hey, hier unten ist Truhe Und Munition Verbandszeug Oh, du bist gleich tot What, ich kann dich auch gleich heilen Ich hab schon, hab schon selbst geheilt Nee, es ist besser, wenn andere dich heilt Das überlässt vor dead, das hat Vorteile Aber wenn du es schon geheilt hast, dann fast zusammen Oh 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 Okay Gut geht weiter Nicht zu den Gebäuden? Oh, jetzt hab ich auf den Zweck drauf kommen, weil ich dachte das sind mehr Ratten Ja genau, facken wir voll genau Hallo, was geht Oh, was war das? Ey, ey du Einfach durch die Fenster kommen, ich glaube es hackt, ganz ehrlich Loll, ich hab dich verloren, wo bist du? Ach was Ich bin draußen Ne, ich hab mit dem Gegner gesprochen Ach so Ah nein Hab Ich bin schon Oh nein, da ist irgendwie so ein Geflüchtig Dreck Oh, ich bin tot Die Explosion hat nochmal Die KI Die KI wird depplich von mir Die Explosion, als ich auf den Typen eingeschlagen hab Der ist dann gestorben und ist explodiert und die Explosion hat mich noch mitgerissen Ah, ok, gut zu wissen Irgendwie so kam mir das Patri Da gibt es wieder eine Bombe Und der macht drank der Geschwindigkeit aus Geh mir nur den ab Bei Beten hat mich nicht dir so geholfen Halter, 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 irgendwie Danke, scharf Also ich bin euch dort, erleck' mich am Arsch wo kommst du auf einmal her du gehst schon weiter ja ich keine ahnung ich weiß nicht was ich da machen soll sind das ist wahrscheinlich verrecklich jetzt weil ich erleiden ja auch wenn du dann ich komme ich komme unterwegs ja wir müssen schon versuchen die zusammen zu bleiben ja wir haben die mission gemacht ich weiß nicht was du da gemacht hast jawohl sie sind Beutewüschel, das ist völlig oh endlich zeit sieht denn wir müssen runter zu dem wagen oder ja wir müssen erstmal fass aufheben hat okay warte wir müssen nochmal hoch glaube ich oben ist fass ich geh nochmal kurz hoch kann man hier aus dem fenstern wahrscheinlich dann nein wie komm ich da hoch da noch ahja wir finden uns ein fass war hier schon schwierig die dinge zu finden ehrlich gesagt ja also ein fass habe ich alles klar oh man muss wahrscheinlich hier runter ah hier ist ein ja wie drehe ich das da rein ahja und dann hier oben noch und dann hier oben noch hab einen hab schon zwei ich hab das dritte wird es war eigentlich ganz unten versteckt hau rein hallo mit mit links weg links weg oh ok ich dachte eh oder so ja ja war das alles oder was ja schlecht geht da nicht mehr oder was ich hab extra jetzt nen trank reingehauen was was soll das ja haben sie mich vertreten vielleicht und du sagst es nicht mehr vorteile ja wo bist du denn danke dir anzünden weg stoßen alles klar stoß weg stoß weg unter in 2 2 joh auf dort dort im 2 2 3 und das ist ein Haus 3 auch 3 3 jetzt geht es so politische die getan Habe ihn, habe ihn, alles in diesem Bereich. Nein, das wollte ich nicht. Nein, ich hab die falsche Taste geklickt. Nein, jetzt hab ich meine Bombe verschwendet. Wo kommen die denn? Wahrscheinlich hier. Da. Einer? Ich geh mal nach oben. Was für einzeln. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Ich wollte die panische Musik, aber ich find keine Gegner. Gehen wir mal weiter. Ah, hier ist Franz Zeug. Hier geht's in die Runde. Wo bin ich hier? Hier ist noch eine Brandbombe bei mir. Ich bin toll. Hier ist auch noch eine Brandbombe. Ich bin hier. Hier. Oh, schick. Oh, schick. Da ist noch knapp. Cool. Alter, wie bist du ganz da hin? Ich bin ganz genau da. Ich kämpfe hier einfach in der ganzen Stadt. Überall da. Wo die Gegner sind, renne ich gerade hin. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, das du mir davonläufst. Ich glaube, einfach nur dort, wo die Gegner sind. Aber ja, du hast recht, eigentlich läufst du mal weg. So wie jetzt. Bleib stehen! Das ist ein großes Schlachtfeld, aber da kommt's jetzt. Woll! Ja, doch, ganz schön, weniger in so einem Schlachtfeld. Ja. Kommt da noch irgendwas? Wo ist das daheim? War das alles, oder was? Schon ein bisschen... Ich erwarte grad mehr. Aber na gut, wenn da nix kommt, dann... Gehen wir doch mal rein, oder? Ja. Ja, meine Flamme. Akt 3. Nice. Geiler Scheiß. Nice, geiler Scheiß. Was haben wir denn bekommen? Mhm, mhm, mhm. Okay, okay. Ja, Levelaufstieg. Anerkennungstroh. Nice. So. 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 Und das für ne Kackkiste. Wenn du das sammelnst, gilt das für mich eigentlich auch? Ich glaub schon, oder? Ja, ja. Die Beutewürfel und so ist das für alles. Alla. War ich gut, Alter. Ja. Häftiger Scheiß. Obwohl du doch eigentlich ganz hervorgelaufen bist. Tja. Wann hab ich ganz Leute gekillt? Den freu ich mich auch gerade. Klasse. Du läufst und du... Ich hitze alle mal an mit meinem... meinem Hammer. Die fetten. Und du kommst dann mit den kleinen... Und dann ist das alle tot. Ja. Holy moly. Im Fernkampf hat der Zwerg alles... Aber es mir fehlt. Das ist lustig. Ja. Ach ja. Ja, aber Schaden hast du wirklich am meisten gemacht. Ich sag dir, mit meinem Hammer schwing ich immer so rum. Und dann mach ich alles an. Und die... Und ihr zahlt immer so schnell. Mit euren kleinen Waffen. Und... Killt dann immer alles. Das ist eben dieses... Problem. Dann öffne ich mal kurz die Truhen. Was es da so gibt. Oh. Ein Schwert. Oh. Ein Bogen. Oh. Der ist gut. Oh. 49 Munition. Holy moly. Ich glaub die Waffe gönne ich mir dann. Fortfahren. Und was ist dann hier? Eine hässliche Holzkiste. Oh. Ein Speer. Okay. Nice. Ich glaub ein Speer. Ich probier's mal ein Speer ausglaub ich. So. Wo konnte man sich da umziehen? Das war da unten, ne? Du kannst auch einfach E trotten. Oh. So. Da hab ich 26 Kraft. 15 ist billig. 26 ist schon fett, ne? Was ist 26? Ich glaub ich behalte schon den Hammer. Der ist schon fett. So. Aber hier. Oh. Oh. Und Amulett. Was haben wir jetzt hier? Das ist die 5. 16. 21. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Na gut. Kalente. Immer noch nichts. Probier ich jetzt mal den Speer aus, auch wenn er weniger Kraft hat. Na komm. Probier wir's mal aus. Schau mal her Skull, ich bin deine Statue. So. Kripper. Do you really plan on spending the rest of your short life under one eye's thumb? Oh. No I don't. And this ain't exactly the first time you've asked about me and him. So. So. The fact is it appears you care about absolutely nothing in the human world. Just send our relationship with Saltfire. So schön bist du ja. Really? I have to enjoy the sight and send it to you every single day and it drains my sanity. Apparently. Oh yeah. Und ich hab's auch mal aufhin zu reden, das ging mir ein bissl auf den Strich. Hey cool hier können wir ja rausgehen. Im Hof Oh ja Hattest du jetzt auch mehr anzündet? Königst du auch mehr aufnehmen? Das ist so ein Ding, hä 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 Ja Erstmal Der macht so einen Lärm, der dreht mich direkt links damit Nee, den hau ich da mal weg Danke Hm, was ist hier so? Aha, aha, aha Talente? Ah, hier ist die Schmiede, alles klar Ah, jetzt haben wir Heldenkraft 49 für mich zumindest Mhm Oh, das ist ein Wasser voll Schön Ich will dir nichts mehr sagen Ja, ich, ich Ja, danke fürs Zuschauen Für diese Folge Und... Ach so Du hast dich gar nicht aufgehört Bis zur nächsten Folge Ciao Jo, bis zur nächsten Folge Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal